Wir haben nur noch 20 Minuten, wenn es bis 21 Uhr gehen soll. Also hier links wird jemand gefoltert. Wollen wir den befreien, der gefoltert wird? Schaffen wir beides in jedem Fall noch ohne langer Rast. Okay, ich habe halt gar keine Zauberplätze mehr. Einer hier. Das ist wirklich nur einer, der Folterer. Der Folterer, zack. Nee, doch, zacke. Mal gucken, wir jetzt. Oh, hoppla. Das war ein Schritt zu weit. Warte, ich komme. Dialog. Das sind immer die anderen. Wie der aussieht. Ah, gut, dass du deinen Freund gesehen hast, oder? Komm und siehe, wenn du möchtest. Als das Symbol schlägt, die Kraft schlägt. Ich bin Leidgoblin, das kann ich als Held leider nicht zulassen. Warum foltert ihr ihn? Weißen? Er hat so höflich gefragt. Er ist in hier mit seinen Freunden. Er schaut nach etwas vergangenes Ding. Er sagte, sie riefen zu einer Art Grave. Er will nicht uns erzählen, wo er ist. Ich kann mich immer wieder verkleideter. Ich kann weggehen. Ich kann ihn nicht angreifen. Warum kann ich... Warum hat man denn hier keine Angriffsoption? Was ist das denn? Wir können ihn... Ich mach Päuschen. Wir können ihn... Lass mich ihn prüfen. Dann kann man ihn sicher heimlich abnehmen. Ja, genau. Ich bin für drei auf jeden Fall. Ja, stimmt. Charisma minus eins, Schwierigkeit grad zwanzig. Ich kann nicht mal, ich kann nicht mal dir göttliche Führung anbieten, weil ich... Komisch, erläutwürfeln. Achso, man konnte ihn jetzt angreifen. Sehr gut, okay. Ja, jetzt konnte man ihn angreifen. Das war nur eine gute Initiative, jetzt wird hier erst mal richtig gefoltert. Oh, mach das. Achso, heute haben wir es irgendwie. Ja, okay. Verschwendet ist für die kein Tatendrang. Nee. Okay, die hauen auch daneben, sehr schön. Äh, was soll ich den Bogen? Äh, okay, den Rest zwinks schaffst er. Jo, sag doch. Ich hab mal getroffen. Juuu. Ich hab das Auge gefunden. Goldschädel, sehr toll. Und Grosch, was hat der? Gold. Altibitin. Svava redet mit einer Ratte? Ja. Wie gemütlich der da oben jetzt sitzt. Ja. Fackt mir, habt ihr Halsing gesehen? Ja. Wie kommt ihr auf diese Bank? Ich wollte Geld abheben. Ich war mit einem Grupp von Geheimdienern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es hat gesagt, sie hat gerade gesagt, ein Geheimdienst, der uns nennt, wenn wir ihn gefunden haben. Das ist ein bekannter Magier am Baldus Gate. Okay. Ein Ort, wo wir abhandelt werden sollten, aber... ...wenn wir gekommen sind... Ah, guckt mal euch an, wie er da steht. Dains Blick auch so, ja, 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 das kennen wir schon. Ryan hat Instruktionen, aber... ... die Goblins haben ihn. Die... ... die sagten, sie haben ihn. Ich ... ich hab' ich gehen. Ich hab' ich auf, okay? Da muss er weiter springen können. Liegt nämlich ein kleiner Schatz, also ein paar Diamanten und so. Hm-hm. Also was für mich. Hast du weiter springen können? Ist das der Magier, der sich da ... ...in Bariskel einem einzig um die Nüfige ... ... bestritten hat mit dem anderen? Da kann ich nicht rüber. Ich komme da nicht rüber. Vor allem komme ich nicht wieder zurück. Wieso kommt er wieder zurück? Nee, ich bin nur nachgelaufen. Nee, ich komme da auch nicht rüber. Er ist traumatisiert ein bisschen. Wir gestehen ihm mal ein, dass er ein bisschen verwirrt sein darf. Ich habe eine Trompete gefunden. Ach nee, das ist ein Pilz. Was für ein Pilz? Bullywook-Trompete. Ja, ich glaube, das brauchen wir noch. Ach so, eine Sache können wir noch machen. Das reicht noch. Ich brauche den... Krachgrad. Ich brauche das vielleicht am meisten. Das da vorne ist ein Priester, der meidt der Schmerzen. Immer einfach hin. Mach, was er sagt. Ihr wartet, Terra müsste es machen. Die hat mehr Charisma als du. Ach so, okay. Das ist ein Charisma-Frager. Du bist jetzt mit ihm im Dialog gerade? Ach so. Entschuldigung, ich sollte mir irgendwas nicht anfassen. Meine Maus hat sich wahrscheinlich wieder... So. Das war kein Goblin. Nein, das ist ein Kleriker, der meidt der Schmerzen. Loviatar, genau, danke. Das war ich mit ihm. Bei ihm sprechen wir aber was. Ja, aber wir brauchen gleich... Ach, eigentlich hätte er auch Svaba machen können, aber der kriegt immer so wenig Schaden. Und für den lohnt sich das nicht. Das ist so eine Art BDSM-Fachmann oder was? Ja, genau. Muss ich gleich von ihm foltern lassen. Sind die irgendwie verwandt, Hysterion und er? Die Sache ist, wir brauchen den Skill auftreten für das, was wir machen müssen. Aber, weil Svaba sowieso viel Schaden bekommt und Terra sowieso viel Lebensenergie hat, lohnt sich das für sie fast mehr. So, so. Ich und Sphinx haben nicht genug Charisma, um das zu schaffen. Naja, zu viel Wald im Haar. Und Dane ist zu intelligent, das sieht man ihm an. Das ist eine schreckliche Sache. Würdest du nicht sagen? Ähm, warte mal. Nicht, auf jeden Fall nicht wie abstoßend. Ähm... Vier oder zwei. Vier oder zwei. Das ist ja eine Chisur. Das ist ein permanenter Skill, den man hier bekommen kann. Also, der bleibt für immer. Jetzt, äh... Warte. Sehr gut. Langsam. Äh... Eins. Eines so bösen Göttchen. Okay. Hysterion und er sind definitiv verwandt. Ja. Wenn er fertig ist, dann geh einfach, äh, zur Wand und stell dich mit dem Gesicht zur Wand und zieh deine Robe aus. What? Nee. Bist du sicher, dass das dazu gehört? Ja. Ja. Also, das mit der Robe aussehen nicht, aber es kommt besser. Man sieht die Streben dann besser. Ja. Und jetzt einfach da, wo der große Blutfleck ist, mit dem Gesicht zur Wand stellen. Nee, äh, Terra muss das machen. Ich wollte nur ein bisschen näher ran. Damit ich Sprüche spripsen sehen kann. Ich bin jetzt aus dem Konzept gebracht, weil einer von uns, äh, was klauen wollte. Was? Ich, ich... Ach, jetzt, 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 jetzt. Komm jetzt, liebe Kind. Es ist Zeit, zu repeln. Jetzt eins. Ich habe es mir überlegt, ich bin doch nichts. Jetzt musst du. Jetzt stehe ich mal noch dichter an die Wand und mehr mittig. Komm, now, dear child. It is time to repent. Simply face the wall and stay absolutely still. Ich kann es leider nicht mehr sehen im Dialog. Äh, jetzt, wenn... Ich komme mal rein im Dialog, dann könnte ich dir sagen, was im Auftreten. Laut und dramatisch schreien und um Gnade fliegen. Ah, es ist kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. Und nicht ruhig sein. Die Göttin der Schmerzen will, dass du schreist. Glaub mir, vertrau mir. Ich würde es, dass wir machen wollen. Nein, nein, nein. Nein. Du musst schon ein bisschen mit ihm spielen. Es geht darum, dass du dramatisch schreist um den permanenten Skill zu bekommen. Ach so. Was für ein Skill ist denn das? Der dumme Schrei von... Nein, es ist Krokodil drin. Nein, deine Angriffswahrscheinlichkeit. Also du kriegst einen Bonus auf Angriff, wenn deine Lebensenergie unter 50% sinkt. Ich muss ja nur 5, weil das ist ja gar nichts. Noch. Es steigt sicher auf 15 oder so. Ja. Oh, Mama. Dein Skill lohnt sich. Du musst aber die Würfe schaffen. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und ich kann leider kein Dings machen hier. Jetzt wieder auftreten. Dich übertrieben winden und schreien. Wir leben. Revel in it. Ha. Göttliche Führung hat funktioniert. Oh, gut. Äh. Zum Glück. Wobei Charisma hätte auch ausgereicht. Yay. Wieder mal ein Punkt. Was ist mit meinen Würfeln los? Das musst du jetzt noch ein letztes Mal machen. Er steigert sich aber auch ein bisschen hinein. Jetzt wieder zur Wand drehen. Ja, mach gleich weiter. Zack. No. Ich hab ihn angesprochen. Vielleicht musst du auch nur zweimal. Sie möchte euch segnen. Und wünsche euch, dich zu befreien. Und wünsche euch, dich zu befreien. Ich werde gleich lesen. Und wünsche euch, dich zu befreien.